Düsseldorf, bitte unterlasst das Abrede von Anzügen von Feuerwerkskörpern und pyroglichen Gegenständen. Seid vernünftig, lasst es bitte sein. Danke. Und liebe Fußballfreunde, wir erheben uns von unseren Plätzen. Wir begrüßen unsere beiden Chef-Kluckmanns, Nordtuch und Düsseldorf. Und heute den Gast, heute hier vor unser Fußball-Fahrer von uns. Vor Düsseldorf! Vor Düsseldorf! Vor Düsseldorf! Vor Düsseldorf! Vor Düsseldorf! Vor Düsseldorf!